Jo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu eines meiner weiteren Videos und heute dreht sich alles um die K31 Schweizer. Mit dem Update zur Season 4 sind nicht nur drei neue Waffen mit ins Spiel gekommen, sondern es wurden auch unzählige Waffen oder eher gesagt Ausrüstungsgegenstände sowie Läufe verändert. Eine der Sachen, die auch noch zusätzlich angefasst wurde, war die Kugelgeschwindigkeit der Schweizer K31. Mit den neuesten Updates ist die K31 also besser als die momentane K98k und woran das liegt schauen wir uns jetzt mal an. Bist du neu auf meinem Kanal, lass mir unbedingt ein Like und ein Abo da und natürlich schon mal ein dickes Dankeschön, falls es bereits getan ist. Aber zurück zum Thema. Was wurde jetzt genau getan? Insgesamt wurde die Bullet Velocity mit dem 24,9er Lauf um 7% angehoben. Also nur die beiden Aufsätze, Gru, Mündungsfeuerdämpfer und der 24,9er Lauf sorgen dafür, dass seine Kugelgeschwindigkeit fast genau gleich mit der K98k ist. In Kombination mit der Klasse, dass du vollkommen auf Zielstabilität in den Aufsätzen gehst, also dafür rüstest du dann den 5mW Laser aus, den Schleifschalengriff und den allerletzten Unterlauf, hat die Schweizer eine bessere Zielstabilität als die K98k, also wenn du ins Visier gehst, bewegt das Scope sich fast gar nicht. Einer gleichen Kugelgeschwindigkeit wie die K98k, einem identischen Bullet Drop und vor allen Dingen hast du dann noch ein viel weiteres Scope als bei der K. Weil da spielt man ja normalerweise als normalen Aufsatz das Zielfernrohr und hier spielst du das ganz normale Standard Visier, was einen weiteren Zoom besitzt. Weitere Besonderheiten haben wir dann noch bei den Schadenswerten. Denn du machst mit beiden Waffen, also der K98k und der Schweizer 250k Schaden in den Kopf. Bei Brusttreffern machst du auch mit der Schweizer 180k Schaden und 154k mit der K. Ähnliches gilt dann auch für Bauchtreffer, da machst du 104k und in Arme und Beine 83k. Also gerade vom Damage her bist du bei Brust- und Bauchtreffern viel besser dran mit der Schweizer als mit der K. Das Relevante mit diesen Schadenswerten, die schon höher sind als die bei der K, ist, dass man ja nicht immer Headshots trifft. Also schießt du jemanden auf Distanz an und triffst beispielsweise die Brust, machst du schon mal 180 Schaden und im Anschluss reicht nur noch ein weiterer Schuss, der in die Arme oder Beine geht. Dann hast du den Gegner genockt. Das ist bei der K98k halt nicht der Fall. Triffst du da die gleiche Kombination, also Brust und dann die Arme oder Beine, kommst du auf 240 Schaden, wo du dann im gleichen Zug mit den zwei gleichen Schüssen wieder in Brust und Arme oder Beine mit der Schweizer 263 Schaden machst. Wie die meisten von euch wissen, mit vollem Leben und drei Platten hast du insgesamt 250 Leben. Da kann sich jeder denken, welche Waffe besser ist. Das Ganze zählt natürlich auf allen Distanzen. Obwohl wir jetzt hier bei True Game Data einen Drop-Off-Punkt eingetragen haben, kann ich jeweils mal hier auf 50 plus Meter gehen und 62 plus Meter gehen, da ändert sich an den Schadenswerten nichts, also die bleiben alle gleich, weswegen das Ganze auf allen Distanzen zählt. Viele werden sich jetzt denken, okay, hört sich alles schön und gut an, aber im Endeffekt hat die Schweizer dann immer noch eine langsame ZV-Geschwindigkeit als die K98. Das ist für mich auch ein völlig verständlicher Punkt, aber möchtest du eine bessere ZV-Geschwindigkeit, können wir jetzt auch einfach hier bei unserer Schweizer den Agency-Mündungsfeuerdämpfer runternehmen und dafür den normalen Schalldämpfer ausrüsten. Ja, das nimmt prozentual ein wenig Kugelgeschwindigkeit weg, also die Kugeln sind langsamer unterwegs dadurch, aber du generierst dafür natürlich sehr gute ZV-Geschwindigkeit. Und wenn du sagst, dass du sowieso eher so auf Mid-Range snipest und diese 300 bis 400 Meter Shots eh nur relativ selten machst, ist es doch eigentlich eine sehr gute Option. Denn auch mit der K, wenn man mal ehrlich ist, da versucht man ja auch nicht über 500 Meter die Gegner wegzuholen oder klar, man versucht es, aber entsprechend ist es relativ schwer, sie zu hitten. Denn für mich sind beide Waffen eher so in die Kategorie, ja, aggressive Snipe-Minds zu ordnen. Weil es macht einfach keinen Sinn, die K oder auch die Swiss zu spielen. Wenn du nur Long-Range snipen möchtest, dann kannst du gleich zur HDR oder ähnlichen Waffen greifen. Schaut euch jetzt hier im Hintergrund einfach mal die Clips an, wie viel Zielstabilität die Schweizer hat und es halt einfach überhaupt nicht wackelt, wenn du im Scope bist. Dabei muss man bedenken, dass das Scope ja sogar nochmal größer ist, als das der K. Also mit der K hast du mehr Idle Sway und sogar ein kleineres Visier. Um die vollen Stärken der Schweizer jetzt ausspielen zu können, musst du dir aber bewusst sein, dass gerade der Vorteil darin liegt, dass du sehr viel Schaden in die Brust machst. Natürlich sollst du jetzt nicht nur auf die Brust schießen, sondern weiterhin versuchen, nur Headshots zu landen. Aber bevor du etwas über den Kopf zielst und auf Distanz jemanden wegholen möchtest, kannst du lieber genau auf den Kopf draufgehen und du weißt, okay, durch den Bullet Drop werde ich schlimmsten Fall die Brust treffen. Weil wenn dann der Treffer in die Brust landet, musst du im zweiten Shot nur den Gegner irgendwo treffen. Völlig egal wo, er ist tot nach dem zweiten Schuss. Sobald der erste in die Brust geht, reicht es auch völlig aus, wenn du den Gegner beim zweiten Schuss in den linken C schießt. Er wird genockt sein. Schauen wir uns jetzt im Schnelldurchlauf mal die beste Klasse an. Also als allererstes natürlich die Schweizer, da entweder den GRU Mündungsfeuerdämpfer oder als Alternative den normalen Schalldämpfer. Als nächstes den 24,9er Lauf, den 5mW Laser, den Schleifschalengriff und das allerletzte hier, was uns bei den Griffbändern zur Verfügung steht. Beim Schalldämpfer und GRU Mündungsfeuerdämpfer müsst ihr halt abwägen, ob ihr entweder die gute Bullet Velocity wollt oder die schnellere ZV Geschwindigkeit. In Kombination kannst du diese Waffe sehr gut spielen mit der LC-10. Da wurde in einem meiner letzten Videos schon öfter gefragt, ob ich die Klasse meiner LC-10 zeigen kann. Ich glaube, das war die LC-10 in Verbindung mit der AK-47 als Long-Range-Waffe. Die LC-10 habe ich da aber auf jeden Fall mit diesen Aufsätzen hier gespielt. Als allererstes Agency-Mündungsfeuerdämpfer, der 13,9er Sonderkommando, SAS-Kampfschaft, Schleifschalengriff und Starnak 55 Schuss. Ich habe jetzt noch eine Alternative für dich, wenn du sagst, okay, ich fühle mich nicht ganz so wohl mit einer MP mit dabei als Primärwaffe, dann solltest du unbedingt die XM4 austesten. Die XM4 hat auch mit dem letzten Season-4-Update einen Nerf erhalten, ist also noch mal besser als sie vorher schon war. Sie wurde nämlich eigentlich schon vor dem Season-4-Update relativ häufig gespielt als Secondary. Wenn du eine Sniper spielst, kannst du sie aber natürlich gerne auch jetzt hier so nutzen, in dieser Form als Primärwaffe, dann unbedingt mit dem Schalldämpfer, dem Lauf, der dir Kugelgeschwindigkeit dazu gibt, Tiger-Team-Scheinwerfer, Plünderer-Polster und die 60 Schuss. Brauchst du ein Visier, also kannst du nicht mit diesem Standard-Iron-Side spielen, würde ich dir empfehlen, das Plünderer-Polster runter zu nehmen und dafür dann das Microflex-LED auszurüsten. Das sollte völlig reichen, dann kannst du die Waffe auf jeden Fall für mittlere, aber auch für sehr kurze Distanzen benutzen. Pack da auf keinen Fall irgendwie eine Zweifach- oder Dreifachvergrößerung drauf. Erstens wird der Rückstoß viel zu stark sein und zweitens hast du ja sowieso deine Sniper dabei, die du eigentlich auf diesen Distanzbereichen benutzen solltest. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat dir das Video gefallen? Lass mir gerne Rückmeldung da, indem du mir einen Daumen nach oben gibst oder unten in die Kommentare schreibst, was ich noch verbessern kann. Außerdem schreibt mir zusätzlich noch, ob ihr jetzt die Schweizer K31 mal austestet und meine Empfehlung dann nochmal an euch, testet sie nicht nur ein, zwei Runden aus, sondern wirklich über ein, zwei Wochen. Meistens dauert es da so ein wenig, bis man sich reingefunden hat und sagt dann mal Bescheid, was dir von der Waffe haltet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein!